Der ganz normale Wahnsinn halt, ne? Ich habe, glaube ich, selten so einen hohen Puls gehabt. Also da war jetzt wirklich alles dabei. Zum Schluss Aue mit einem Tor an uns vorbeizieht. Ich habe, glaube ich, die letzten zehn Minuten von dem Spiel hier gar nicht mehr gesehen, leider. Aber letztendlich haben wir gesagt, wenn wir am 34. Spieltag über dem Strich stehen, dann ist es noch eine erfolgreiche Saison. Und genau das ist eingetreten. Und deswegen Glückwunsch an die Mannschaft, an alle Beteiligten. Alle zusammen haben wir das geschafft. Das war sehr, sehr gut. Und jetzt sind die Schleusen offen. Habt ihr euch das in den letzten Wochen dann eher verdient als heute? Ja, heute war ein enges Spiel. Heute war eigentlich ein 0-0-Spiel, würde ich sagen. Und das Spiel geht 0-0 aus, wenn der Schiedsrichter nicht so einen lächerlichen Freistoß pfeift. Also König lässt sich fallen und die kriegen Freistoß und der geht rein, das ist ein Witz. Aber trotzdem Glückwunsch nach Darmstadt. Und ja, alle mal kräftig waschen. Ist wichtig. Ist mir scheißegal. Jetzt werden wir versuchen, so viel zu trinken wie möglich. Und das auch drin zu behalten. Das ist das einzige Ziel. Das ist das Scheiße. Mathieu. Hä? Mach den weg. Hä? Mach den weg. 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 Vielen Dank.